Sie sind Akademikerin, Führungskraft, Berufserfahrerin oder Berufseinsteigerin? Sie wünschen sich individuelle Unterstützung bei der Stellensuche und bei Ihrem Weg ins Berufsleben? Sie haben praktische oder akademische Kompetenzen, Ressourcen und Fähigkeiten, besondere Ansprüche an Ihre berufliche Perspektive und suchen eine neue Tätigkeit, die Sie begeistert und die zu Ihnen passt? Dann machen wir Sie stark für Ihren Job. Die DAA Köln gehört zu einem der größten Weiterbildungsunternehmen Deutschlands und ist seit mehr als 60 Jahren am Bildungsmarkt erfolgreich tätig. In Nordrhein-Westfalen sind wir an über 80 Standorten vertreten und gut vernetzt, auch mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Köln sowie überregional. Zu vielen Entscheidungsträgern bestehen jahrelange persönliche Kontakte, profitieren auch Sie von unserem Erfolg und den Erfahrungen insbesondere der letzten zehn Jahre. Mehr als 3000 Arbeitssuchende haben bereits in Köln an unserem Coaching für Akademikerinnen und Führungskräfte teilgenommen und ca. 70% von Ihnen haben noch während des Coachings oder unmittelbar danach Ihr neues Arbeitsverhältnis beginnen können. Zusammen mit der Agentur für Arbeit Köln bringen wir Sie auf den neuesten Stand. In unserem Coaching für Akademikerinnen und Führungskräfte erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine effektive Bewerbungsstrategie und erhöhen dadurch Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wir arbeiten systemisch, lösungsorientiert und vertraulich, finden in Einzelcoachings heraus, wo und wie Sie sich mit Ihren Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem Markt am besten platzieren, nehmen gemeinsam spannende Möglichkeiten in den Blick, erarbeiten Ihre Alleinstellungsmerkmale und entwickeln eine Strategie für Ihren beruflichen Erfolg. Das Ziel? Ein Matching mit dem Arbeitgeber, der auch wirklich zu Ihnen passt. Unsere professionell ausgebildeten Jobcoaches und pädagogischen Fachkräfte zeigen Ihnen, wie Sie souverän in Bewerbungsgesprächen oder Assessments agieren, wie Sie effektiv mit digitalen Medien arbeiten und perfekte Unterlagen erstellen. Unsere Coaches kennen die aktuellen Recruiting-Formate und unterstützen Sie, sich wirksam und ganz individuell auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren und informieren über gesundheitsfördernde Themen für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Wir begleiten Sie bis zur Arbeitsaufnahme maximal sechs Monate an zwei Tagen in der Woche. Nehmen Sie digital von zu Hause aus oder vor Ort in unseren modernen Räumen in der inneren Kanalstraße teil. Sobald Sie eine passende Stelle in Aussicht haben, trainieren wir mit Ihnen Vertragsverhandlungen und führen einen Vertragscheck durch. Auf Wunsch stehen wir Ihnen auch nach der Arbeitsaufnahme weiterhin beratend zur Seite und begleiten Sie sicher durch die Probezeit. Sind Sie jetzt neugierig? Dann melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.